Heute berichte ich dir von einer aktuellen Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen. Es geht um das Thema Arbeitszeitbetrug und dieses Thema wird uns in der nächsten Zeit erheblich mehr beschäftigen, denn du weißt ja, wenn du den Kanal regelmäßig guckst, wenn nicht, dann abonniere ihn sofort, aber wenn du ihn regelmäßig guckst, weißt du ja, dass das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, Arbeitgeber sind zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet, selbst bei Vertrauensarbeitszeit, denn sie müssen kontrollieren, ob Arbeitnehmer die gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeiten, siehe Arbeitszeitgesetz, einhalten. Deswegen müssen sie sich darum kümmern. Das ist eine Arbeitsschutznorm und die, wenn sie das nicht machen, die Arbeitgeber ist aus einem Arbeitspflichtenverstoß, weil sie den Arbeitsschutz nicht einhalten, dementsprechend müssen sie es machen und es werden immer mehr Arbeitgeber machen, weil diese Norm jetzt mehr ins Bewusstsein gerückt wird und auch wenn Arbeitsschutz häufig nicht so groß geschrieben wird, das wird sich ändern. Da hängen noch einige andere Dinge mit dran, wenn du Arbeitgeber bist und das so ein bisschen genauer wissen willst, dann abonniere gerne diesen Arbeitgeberkanal, den wir haben, unten ist ein Link. Dort werde ich übrigens dieses Urteil auch noch mal ein bisschen umfassender auswerten. Heute in diesem Video sage ich dir aus Arbeitnehmerperspektive zum einen noch mal, wo du aufpassen musst in Richtung Arbeitszeitbetrug. Ja, das ist so der eine Punkt. Und dann sage ich dir, was aber passiert, wenn es dir nicht gelingt aufzupassen, also wenn du doch reingefallen bist oder vielleicht Angst hast, dass da noch was kommen könnte. Manchmal kommen Leute auch zu mir, weil sie weg wollen und sagen, naja, vielleicht hat der Arbeitgeber noch was in der Hinterhand, da sind noch irgendwelche Aufzeichnungen und vielleicht guckt er noch mal nach, was ich so im Internet treibe. Ja, aber da kann ich dir ein bisschen Entwarnung geben. Aber ich möchte vorab natürlich noch mal ganz klar sagen, wenn du privat im Internet bist während der Arbeitszeit, ist das ein Arbeitspflichtenverstoß in Richtung Arbeitszeitbetrug. Denn wenn du privat auf dem Handy surfst, dann arbeitest du ja nicht. Und wenn du nicht arbeitest, dann zahlt der Arbeitgeber dir deinen Arbeitslohn, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Da er das nicht weiß und du das ja, ich meine, niemand ist aus Versehen privat im Internet, da du das ja auch vorsätzlich machst, begehst du einen Arbeitszeitbetrug. Und dieser Arbeitszeitbetrug, der berechtigt den Arbeitgeber, ohne Abmahnung fristlos zu kündigen. Und das sind, sage ich dir aus unserer Praxis, wir haben sehr viel Arbeitszeitbetrug hier als Thema, das sind Kündigungen, die jetzt erstmal wir nicht so gerne sehen. Also es gibt ja Kündigungen, wo ich dir euch gleich sage, krankheitsbedingte Kündigungen, die hauen wir fast immer weg, ja. Aber diese Arbeitszeitbetrugskündigungen sind in der Regel heikel und manchmal mit Strafverfahren verbunden. Das ist nichts, wo ich im ersten Gespräch, du kannst ja bei uns immer so kostenlos und unverbindlich erstmal anrufen, das ist nichts, wo ich in diesem ersten Gespräch dir gleich Entwarnung gebe. Da muss ich halt immer sagen, ja, da müssen wir schon aufpassen. So, jetzt naht aber auch in den aussichtslosesten Situationen Rettung. Häufig können wir diese zweifelhaft erlangten Beweise des Arbeitgebers, der weiß zwar, dass du ihn betrügst, aber er kann es nicht beweisen. Und wenn er jetzt eben im Internet forscht oder wie in diesem Fall vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen Videoaufnahmen macht, in dem Fall von Stempelsituationen, ja, dann können wir häufig einer Verwertung widersprechen. Und da gibt es jetzt eben gutes Futter von, durch dieses Landesarbeitsgericht Niedersachsen, was wir uns hier nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, denn wenn der Arbeitgeber seine Beweise erlangt, wie in diesem Fall, hatte der seine Videoüberwachung sogar offengelegt, ja, sonst ist es sowieso in den meisten Fällen ohne begründeten Verdacht illegal, ja. Hier hat er die offengelegt und hatte aber gesagt, ich bewahre die Daten 96 Stunden auf, hat sie dann aber länger gehabt und wollte dann mit diesen Daten seine Kündigung begründen beziehungsweise wollte das dann vor Gericht verwerten. Und das ist ihm dann untersagt worden, weil die Erhebung, also gegen seine eigenen Erklärung verstieß und damit in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers unzulässig eingreift. Noch dazu eine ganze Datenschutzvorschrift, die wollen wir uns jetzt nicht im Detail angucken, das würde euch, das würde euch langweilen. Aber ganz interessant an der Geschichte ist dann noch, dass der Arbeitgeber jetzt dachte, na gut, wenn ich die Videoaufnahmen selbst nicht verwerten darf, denn gibt es ja Leute, die die gesehen haben, Zeugen, innerhalb der 96 Stunden zum Beispiel, wo ich die ja noch regulär hatte, dann vernehmen wir doch einfach diese Zeugen. Und dann stütze ich meinen Beweis halt auf die Zeugenaussage. Und da sagt das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, nee, nee, das ist im Prinzip diese Frucht vom verbotenen Baum oder so ähnlich, nennt man das, ja, Frucht vom verbotenen Baum. Das heißt, du hast dieses Beweismittel illegal erlangt, lieber Arbeitgeber, und kannst es jetzt weder direkt, also durch Vorlage, indem wir uns das jetzt hier mal angucken als Gericht, noch indirekt, indem du jetzt zum Beispiel irgendwelchen anderen Leuten, die das gesehen haben, auf dem Video hier als Zeugen anführst, wir vernehmen auch die nicht. Das bedeutet, im Ergebnis ist zwar allen ziemlich klar, dass der Arbeitnehmer hier einen Arbeitszeitbetrug begangen hat, im Ergebnis ist auch ziemlich klar, dass das für eine Kündigung ausreichen würde, wird hier vom Gericht 50 mal ausgeführt, ja, aber der Arbeitgeber hat sämtliche Kündigungsgründe und alle zugrunde liegenden Tatsachen vollumfänglich zu beweisen, und da die Beweismittel, die er hat, hier Video und indirekt Zeugen, unzulässig sind, bleibt er beweisfällig. Das ist natürlich für unser Rechtsgefühl, wenn wir jetzt natürlich Arbeitnehmer sind, vielleicht nicht, aber zumindest für alle Arbeitgeber, und auch, wenn man so ein bisschen neutral guckt, ja, ist das natürlich sehr unbefriedigend, ja. Nur, man muss mal umgekehrt sagen, hier ist ein sehr hohes Gut betroffen, und das Bundesarbeitsgericht hat ja oft genug gesagt, Arbeitgeber, die begehen ja ihrerseits schwere Arbeitspflichtenverstöße, wenn sie den Arbeitnehmer illegal überwachen, was hier der Fall ist, ja. Also zumindest, die Überwachung war vielleicht in dem Moment, wo sie passiert ist, nicht illegal, aber sie wurde dann illegal, nachdem, wenn der Arbeitgeber hier gegen die Vorgaben verstößt, weil wenn ich sage, ich bewahre 96 Stunden auf und bewahre es dann länger auf, dann kann ich nicht mehr sagen, das ist offen, denn ich gehe zwar erstmal offen damit um, aber mache dann was anderes, so wird das dann immer illegal, ja. Und da brauchen wir nicht in die Tiefen des Datenschutzes einsteigen, aus meiner Sicht. Wenn ich sage, ich überwache offen, aus den und den Gründen, die mögen berechtigt oder nicht sein, dann noch sage, wie ich das mache, dem Arbeitnehmer, dann ist das, wenn ich es dann anders mache, natürlich letztendlich eine verdeckte Überwachung, weil der Arbeitnehmer nicht damit rechnet, ja. Also wenn ich zum Beispiel eine Kamera aufstelle und ein Schild reinmache und sage, hier überwache ich dich, ja, und mache noch eine andere, wo ich kein Schild hinstelle, dann ist das auch wieder eine illegale Überwachung. Und deswegen im Ergebnis aus meiner Sicht korrekt, auch wenn es ein bisschen komisches Gefühl hinterlässt, aber anders wird man auch nicht verhindern können, dass Arbeitnehmer illegal überwacht werden. Und machen wir uns eins nichts vor. Arbeitnehmer begehen massenweise, massenweise wirklich Arbeitszeitbetrug. Umgekehrt überwachen aber auch Arbeitgeber massenweise illegal ihre Arbeitnehmer. Und aus meiner Sicht, als Freund des Rechtsstaates, ist es durchaus Aufgabe der Gerichte und natürlich eigentlich auch des Gesetzgebers, hier mal die Lampe etwas genauer drauf zu richten. Sodass es nicht mehr so ist, wer vor Gericht dann besonders Glück hat, der kommt dann durch so eine Situation besonders gut durch. Sondern wir brauchen eigentlich hier mehr als wir haben momentan, ja. Bundesarbeitsgericht macht es sich ja auch einfach. Die sagen, naja, wenn der Arbeitgeber einen Anlass für die Überwachung hatte, dann darf der Arbeitgeber auch auf seinen Rechner. Aber das ist natürlich völlig ignoriert, völlig, wie es in der Praxis läuft. Der Arbeitgeber sucht einen Kündigungsgrund, geht auf den Rechner, findet da was und sagt dann hinterher, ja, das war ja nicht anlasslos, weil ich war vorher zufällig mal am Rechner vorbeigelaufen, habe gesehen, wie der auf irgendwelchen privaten Seiten rumsurfte. Was übrigens wahrscheinlich sogar glaubhaft ist, weil das machen nun mal Arbeitnehmer. Wir sind heutzutage alle so dermaßen permanent online und können dort schlichtweg privat und dienstlich überhaupt nicht trennen. Also da, ob man jetzt so eine Richterschelte da machen kann oder Gesetzgeberschelte, ob man das überhaupt vernünftig lösen kann, ich habe mir jetzt auch spontan, ehrlich gesagt, keine Idee, vielleicht war das auch zu hart von mir formuliert, ich nehme es alles wieder zurück, ja. Aber die Lage ist unbefriedigend, wie sie überhaupt in vielen Bereichen des Arbeitsrechts unbefriedigend ist, weil wir einfach schlichtweg die Entwicklung, die technische Entwicklung dermaßen rasant voranschreitet, dass der Gesetzgeber überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Wenn dir solche Videos gefallen, wenn du an diesem Thema dranbleiben willst, da kommt noch einiges. Wir werden uns auch diese Entscheidung noch mal etwas genauer angucken, auch auf diesem Kanal. Wenn du das machen willst oder wissen willst, wie das ist, dann abonniere den Kanal. Und wenn du Fragen hast dazu, schreib es natürlich wie immer in die Kommentare, ja, unten rein. Gerade bei dem Thema werden wir in der nächsten Zeit noch ein paar Videos machen.